Ja, ich grüße euch und zwar kommen wir zu einer neuen TV-TV-Folge und das Szenario heißt Tag der Arbeit, da fahren wir mit dem Vectron, also Bauern 193 und auf 5 Dostos fahren das und eine Steuerwagen halt, also Dostos Steuerwagen, haben wir von nächsten, also ich glaube noch nach Risa über Dresden, Neustadt und Radeburg und Korsweg, also das heißt wir fahren nicht über die weißige Kurve, wir fahren über die normalen Streckenweg, wie der E50 auch, wir brauchen dafür aber allerdings nicht die Stunde, sondern nur 40 Minuten auf dem Boot, ja, aber da bei uns ein Zug ist die ganze Zeit, haben wir es nicht unter 40 Minuten geschafft und auch, weil ich dann, was wir uns bekommen haben, das waren glaube ich 2 oder 3 Stück, könnt ihr ja mal erzählen, wie viel es genau war, lasst gerne Feedback auf jeden Fall in den Kommentaren da, Like und Abo auch, Zugbeeinflussung, Zugbeeinflussung Also, bis wir uns dann wiederhören, auf jeden Fall macht euch Spaß beim restlichen Video, schau ASB, ASB, ASB ASB, 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 ASB ASB, 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 ASB Zug Beeinflussung Beep Zugbeeinflussung 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 Das war's. Zugbeeinflussung. 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 Zugriff. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Zugbeeinflussung, Zugbeeinflussung Zugült WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Zugbeeinflussung WDR mediagroup GmbH 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 Zugbeeinflussung WDR mediagroup GmbH 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 WDR mediagroup GmbH